Hi, willkommen auf meinem Channel. Hier ist wieder Eure Wanda Aspenair. Heute spülen wir einfach zusammen ein bisschen Spül weg und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Zuerst einmal lebe ich meine Ohr weg, damit sie nicht nass wird. Das ist so ein schönes Dörn. Ich hoffe, euch gefällt es. Jetzt geht es ja schon so. Jetzt geht es ja schon. 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 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.